Britten und Warden Welchen Skin? Ganz geile Schrotflinte Rudi, kann ich gleich zeigen, spiel ich gleich einfach mal Smoke mit Schrotze Dann kannst du endlich Rotates machen Endlich wirst du was dazu gebrauchen Alter Ich nehme sie doch nur gerne hops, ok Restaurant Und was sie backt, ist auch immer voll lecker Ist das jetzt hier der Sendemast von Bremerhaven oder? Riker beigt öfters als ich Das ist ein großer Turm in Südkorea Achso Oha Jetzt Dann dreht sie sich selbst und riechen auch immer voll gut Ist die wieder so jetzt? Lass uns aufhören über mein Geruch zu sprechen Hör auf an mir zu schnuppern und hör auf da zu schnuppern wo ich saß, ja? Daniel du weißt was ich machen möchte? Ja tut mir leid dass ich da immer sitze wo du saß und dass das bis heute noch so riecht Was? Es tut mir leid Alter Laura ich weiß ja nicht was du da gegessen hast an dem Tag, ne? Aber das ist dann... Da würde ich mir Gedanken machen Das finde ich hier gut Riecht nicht nach Poops, Poops ist weggeblasen Ich kenne auch welche die setzen sich dann fest, weißt du? Ich bin auch verwarrig Ah Herrlich Ja das ist Kiel das ist das ich den ich bekomme Riecht halt eher so nach Shampoo, Dior, Parfum, was auch immer Ich denke eher dass du mein Parfum nimmst Wow Das ist neu von Dior Das ist was ganz besonderes Ich bin leider nicht so gut am auseinanderhalten von Gerüchen Es kann aber auch Wenn du schlägst Ich würd da mein Schild platzieren gleich Kann so einiges Also da ein Schild möchte ich ja hier platzieren Kannst du da ne Kamm irgendwo platzieren in der Kitchen? Warum reden wir jetzt über Gerüche? Warum reden wir über mein Geruch? Wie ich mein Schild hinpacken kann? Weiß ich nicht Warum nicht? Da pack ich mein Schild hin Richtig schön mein Arsch in diesen Diesen richtig geilen Steaks rein Fläzen alter und schon reiben Oh Hallo Lecker Dann gibts sogar Stack bei mir mal wieder Was wird denn das jetzt hier? Ist das jetzt so ein One-Night-Stand oder so? Ähm 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 Drei Drei Leute sind ein bisschen Was Spencer Ich konnte gerade in die Reihen sehen Max Was? Ach wie süß Danke Ich sag doch Das äußere zieht nicht Die inneren Werte sind die schönen Oh shit die haben ne Kali Aber bei mir ist noch keiner Natürlich nicht ziehen Rrrrrrrr Alter Werte Wir führen halt Menschen zusammen Skrrr Die Empedie alter 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 Wieso? So So Oh mein Gott Nein Also auch die haben ihr Kind bekommen Oh warte hier kommt wer Da kommt wer Buck Der drohen glaube ich vor Wo 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 Ich komm mit Buck ist hier aber die Cam ist jetzt weg Da kann glaube ich Er will glaube ich hier gleich soft breachen Ich bin Kali Ich hab Angst vor Kali Ja hab ich glaube Oh ja Spannt euch ich hab meine Drohne hier Also wenn hier jemand reinkommt Da will mich wallbangen Ich warte nur darauf dass jemand bei einem anderen Eingang zu dir kommt Oh Oh Mit Feuern nicht dein Gas inzünden Laura Warte Yes Da ist noch einer Okay die sind gestunnt Los 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 Ja Oh 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 Fuck Hilfe Ja Moment Ich hab nur ne Schottgun mit Kleinen Moment ich komme Wo sind die Entspann ich bin da Also wenn die Ist da noch wer Ist da noch wer Hier weiter komme ich nicht Hier weiter komme ich nicht Gestunt Okay jetzt habe ich keine Money mehr leider Ich bin aber super low Ich bin aber super low Ich komme zu dir Oh fuck Ist das IQ Ne das war glaube ich Ah Okay Einlass down Ein Gegner übrig Nur noch Buck Ich glatt nach Okay Wir einfach bei mir not sorry Oh nein Okay die ist da an der Ecke Die ist da ganz hinten um die Ecke Links Buck meinst du Ja Ganz links Der luscht so ein bisschen um die Ecke Mit dem Grinch drauf Und ich möchte euch mal zeigen was Oh fuck Fuck Von der lieben Pia Ich hab grad den Brief So hart gefunden Ja Kann doch Erstens Auch schon Wer guckt da den Story vom Paar an? Ich Ah gut hat Laura schon gemacht Die Gegner haben den Biogefahr gut beendet Da brauchst du was zu brauchen Oh pff Was Ich expropiere das ich weiß Alter Laura Wie Wie weit ne? Was war das? Äh Ich will kurz durch Also bitte keiner Feuern Bitte Ähm Noch 5 Sekunden Was ist los? Einmal hier Jetzt Ihr könnt wieder dicht machen Naja ich renne nur eben schnell von Laura weg Oh 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 Was ist denn jetzt schon wieder? Oh der hätte hier schon auf Ich höre dir bei Gott ich wollte dich nicht treffen Da war der Drohne aber danke für die Cenex Die mir direkt wieder abgezogen Ich bin da weg Oh du hast mich sogar glatt auf 20 HP runter geschossen Du Arschloß Ich bleib hier liegen Oder ob das Ich brauche noch Secondary Kills Sorry Das brauche ich auch Ich bin hier mit meiner Drohne also wenn irgendwo Ich stun dann ne Kommt wer runter? Feind gewichtet Oh Oh Geh mal wieder hoch Da oben Da Gestunt Let's go Oh Barb, woher macht irgendwer kaputt? Los Kjell du kannst rein Los 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 Ich würde eher nicht Stun alleine Der sorgt nicht dafür dass ich ein Gunfight gewinne Nein aber das ist schon mal Hey Laura Ähm CV Nein Ähm Wenn das ähm What? Oh Da drüben ist auch noch wer Ja Ich bin hier grad Fucking a stand Wut Komm Was? Was warten? Los Kjell Was ist denn hier los? 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 Oh hier ist noch wer Ganz entstand Hier ist Twitch Ja Und Ping die ganze Zeit Ah Witz nicht sie bewegt sich Sie ist äh Hier sie kommt sie kommt Ja Ich seh sie Kapitao ist da noch irgendwo Nein Sneak dich hin du Bitch Ja trusting Weill Bro F*** Alter Laura was guckst du da? Tiktok Tiktok Oh mein Gott warum? Das ist so ne Ich bin mal ein bisschen süchtig ne Machst du auch Tiktok? Nein Den kriegst du, Daniel? Hast du gerade schade gesagt, Steven? Was, wenn nicht? Ich hab das wohl gehört. Hör auf damit. Ja, ich kann damit aufhören zu trinken. Da hab ich kein Problem mit. Hör auf zu trinken. Alkohol tut dir nicht gut. Was ist mit trinken? Was, Alkohol, wo? Ja, vielleicht. Das war vor 15 Minuten. Tatsächlich, halt ich auch mal wieder Bock drauf. Komm her, Laura. Ich teile doch gerne. Wodka oder was? Ich hab vor mir immer noch mein Geburtstagswodka von dir stehen zu. Komm her, ich hab immer noch genug. Ich bin der Einzige von euch, der kein Wodka zum Geburtstag bekommen hat. Ich hab ne Flasche Whisky zum Geburtstag bekommen. Und die hat fast ne ganzes Jahr gehalten. Ich hab das Geburtstag von meinen Eltern zum Geburtstag bekommen. Und hab möglichst vermieden, anderen Leuten zu sagen, dass ich Geburtstag habe. Ja, du hast uns nicht mal eingeladen, okay? Versteh ich. Ich wollte ehrlich gesagt weniger, dass Leute wissen, dass ich Geburtstage habe. Versteh ich aber. Okay, was? Das wäre nicht. Meine Drohne ist direkt gegen die Impact gejumpt. Die Legion. Irgendwer hat ne Impact verwendet, um meine Drohne zu zerstören. Alter, ich hasse es, dass Leute mir Geschenke geben und ich denen kein Geschenke zurückgeben kann. Ja, du Zwiebelbacke. Du hast mir auch ein Geschenke gegeben, auch ein Geschenk. Ja, jetzt hab ich auch kein Problem mehr damit. Du kannst nicht auf den Geburtstagsgeschenk freuen. Alter. Oh mein Gott, der schlägt dir so Plastiktitten oder in Schooswanz. Was? Der Affenfall. Hinterfrag's nicht. Hab ich gesehen, krieg's auf Amazon für 20, 30 Euro. Äh, was? Du meintest es das eine Mal doch. Bei Roller. Du meintest doch das eine Mal, du hättest Voll Lust auf Woobies zu kuscheln. Ja, sie sind voll gemütlich. Und dann hast du von Raid mal angefangen zu sprechen, dann hat Daniel mich gewarnt, dass ich fliehen soll und dann wollte ich für eine Drohne. Alter, jetzt... Du bist das einzige weibliche Wesen in der Umgehung. Und bist immer noch ein paar Kilometer von mir entfernt. Hör, fuck. Ich bin tot. Oh, du spielst Clash. Ja. Auf Clance. Hm, der wird nie alt. Ja, muss man ein paar Piercings verteilen gehen. Ähm. Was? Ich will mir sowieso bald mal wieder nicht stecken lassen. Okay. Piercings sind doch was Schönes. Fast so schön wie Tattoos. Kommt drauf an, wo du das Tattoo hinmachst und wie groß es ist. Ich meine, es gibt ja Leute, die auf Arschgeweih stehen. Was ich mir nicht verstehen kann. Von einem Dreijährigen gezeichnet ins Gesicht. Was? Mit einer Tattoo-Maschine oder was? Ja, das ist ein geiles Tattoo. Kurze Frage, Jungs. Mögt ihr meinen Nasenring, den ich in die Nase tragen? Ja. Äh, hier vorne. Ich schluss noch eine Wand. Äh, ich platziere hier im Gang nochmal Barbar, vor allem für den Fall, dass Ledge wieder zu dir will. Relativ egal. Okay, deine Meinung dazu. Äh, ich glaube, du willst roam gehen. Da, äh, Max. Passt halt zu deinem Sternzeichen. Wo? Ich gehe roam. Dann müsste ich ein Sektor tragen, du Arschloch. Was? Nasenring. Worüber redet ihr gerade? Irgendwie der der Nase. Ja, das ist. Über mein Piercing. Ich habe euch gefragt, wie ihr mein Nasenring findet. Nee, schon eben. Ich gehe mal runter. Kerle? Ja. Hallo? Nein, dann deine Antwort. Würde ich auch ganz gerne wissen. Ich wiederhole das jetzt nicht, du Torwart. Ach, auf das Piercing, du, oh. Bessene Antwort. Die Gegner haben den Pio Gefahr-Buster unter entdeckt. Bessen Antwort. Fresh is Piercing. Halt. Fresh. Was kann man groß drüber sagen? Außer das... Hört ihr mich nicht? Ich störe. Doch. Wo sind die anderen beiden? Hi. Ja, hallo. Ja, hallo. Hi. Hallo. Kiel. Hi. Ja. Fisch. Fisch. Kek. Suppe. Süß. Oh, fuck. Sehr schwer. Ja. Ich hab's gemerkt. Alles Guss. Ähm. Wenn man noch... Fuck you. Fuck. Ich hau ab. Ich bin tot, bin ich besser. Es wird mir zu brenzlig. Oh. Die Bahner ist down. Ich hab das Gefühl, ich werde die ganze Zeit nur hochgecarried. Wo sind die anderen drei? Da. Da ist Maverick. Maverick ist bei mir. Ist weg. Nein, ich bin tot. Fuck, wovon kam der? Bug ist noch am Leben, aber der ist fast... Der ist fast down. Da, der, der, der ist da. Der einer in der Tür, der... Der andere? Der luchte halt immer schon durch die Spalte. Warte, da. Also... Nee, da hat es Maestro... Oh, fuck. Maestro, da um die Ecke. Achtung. Oh. Ash hat mich. Äh. Ähm. Ash ist das noch. Ich push mal die Stairs hoch. Ash und Bug. Oh. Oh. Scheiße. Es war ja klar, dass Bug dann von hinten kommt. Äh. Äh. Hier sind beide. Ash kommt. Bug pusht hinterher. Oh. Wurst. Ja. 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 Nein. Fuck. So knapp. Die sistimm hoch glaub ich. Ah, schade Du hättest ihn wegzappen sollen. Bis zum nächsten Mal.